Alle in Kornera, Josef aus Burg, aus Sankt-Neil, Arne Gottham. So, jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Die erste Frau über 15, volle Leistung, die erste Frau, Silvia Jakobs aus Berlin. Silvia Jakobs aus Berlin, das dritte Mal hierbei. Sieg für Silvia Jakobs, Silvia Jakobs. Silvia Jakobs, die erste 15er, befolgt von Ingo Böhring aus Hamburg. Was ist hier los mit den Traumjörern aus? Edgar Ballin aus Peltow, also die erste Frau hier im Ziel bei 15. Ganz stark in Vorderfälzern, wenn er sogar vertreten. Martin Weinmüller aus Brandenburg und der nächste, das ist Toni Kvarmann. Toni Kvarmann bei seinem vierten, 15er. Und Toni Kvarmann kommt aus Städte von Korpommern. Der nächste ist Uwe Fester aus Hallesleben aus Sachsen-Anhalt. 2-mal die 30, die Säurel-Anhalt die 15. Und Olaf Andersen aus der freien Hansestadt Hamburg. Paul Jakob Reif aus Spalbeck. So, jetzt wird die nächste Wolfgang, der nächste Wolfgang, die Frau Angelika Duba aus Rheinberg. Das war hier im Ziel. Eiko Fischer aus Brieseland. Die Trink-Buschel im Ziel. Und der nächste Läufer, Waldemar Weineck, der im 16. Lauf fährt. Auch das sieht noch locker aus. Herzlichen Glückwunsch an euch allen. Und lasst nicht nach, sie haben den Beifall für euch geliebt. Waldemar Weineck geht zum Ziel. Schönen Sie das aus. Thomas Robann aus Neu-Lorken im Ziel. Und der nächste Läufer ist Jürg Schöße aus Linden, aus Lindenbeck. Jürg Vormann aus Gittenburg, jetzt im Ziel. Jawohl, Beifall für euch alle. Und die zweite Frau, die zweite Frau. Hey, jetzt kommt sie, die zweite Frau. Aber vorher noch ein Läufer hier mit der 3-3-9-3. Jetzt die zweite Frau hier. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. 38, 38, 30, 38, 40. Nathalie Kvidenau, aus München, Nathalie Kvidenau. Yvonne Brandecker, Yvonne Brandecker, die dritte Frau. Yvonne Brandecker auf Ernegrobe. Ganz stark hier die ersten drei Frauen der 50-Klimiter-Strecke hier. im Ziel. Und wir fangen die nächste Lieder mit einer Welle mal. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und hoch die Arme. Jawohl, Beifall für Stefan Bartoskowski aus Schwerin. Gegen da, neulich mit Sicherheit, die Rippe ausgesprungen. So, jetzt geht es weiter mit ihr. Die zinkele Mieteräuferin und nach dem Ziel 4-9-4-0. Und jetzt geht es weiter. Und wir haben wieder hier Computerausfall. Das ist nicht gut hier. Computerausfall. Wir haben Computerausfall einmal unten. Wir müssen jetzt mit der Liste machen. Das dauert natürlich länger. Jetzt geht es wieder. Es geht weiter. Jawohl. Robert T. Runge im Ziel. Und der nächste Läufer hier. Nein, vorne noch Silvia Ulrich. Der nächste Fünfzehner. Giuseppe Abitmaude. Oh Gott, Uwe Kleiner. St. Kase bei seinen 38er. Horst Heidek aus Wittenberge. Herzlichen Glückwunsch. Die nächsten Fünfzehner jetzt hier. Kai Hartmann aus Frau Suche. Paul Druck im Ziel. Jawohl. Herbert Wendt. Hatze. Hatze alles klar. Gut gemacht. Holger Schwarze. Aufs Quickborn. Im Ziel. Und weiter geht es jetzt hier. Nicht nachlassen. Mit dem Beifahrt war ich natürlich. Jawohl. Hier. Da kommen sie im Ziel. Die nächste Läufer hier. Hans-Christian Hasselmann im Ziel. Uwe Kaletti im Ziel von der 15-Laufgruppe. Das sei gestattet. Und der nächste Läufer hier. Das nehmen wir die Startnummer nicht. Jawohl. Aber jetzt. 3-3-4-9. Aber jetzt hat Katrin Panesche im Ziel. Katrin Panesche. Das ist eine falsche Nummer. Mit dem Aufkampfrunden. Uwe Schmidt. Uwe Schmidt im Ziel. Wir hoffen, dass das alles hier so regulär ist. Holger Kreuzmann nickt auf falsche Startnummern auf. Was bringt alles so regulär? Alfons Karin auf Schwellen. Wort rein. Westfalen. Und Brigitte Lendek aus Rheinberg. Herzlichen Glückwunsch an Peter Zimorowski aus Berlin. Und an Dänne. Da wird nun mal jetzt ein Läufer ohne Startnummer. Jedenfalls alles nicht vorne. So, das nächste Läufer, Kult. Will auch mit Beinfall jetzt hier empfangen werden. Da wird nochmal gesprintet. Beide Gassen nutzen. Jawohl, da kommen wir im Ziel. Wie auf eine Ferne-Kette. Vielleicht, dass es in die Festland. Dann geht es weiter. Heike Schädigereister. Katja Gade, die nächste Frau. Starke Leistung. Kirk Sakopolitski. Und André Kohl im Ziel. Und Erika Pöls aus Niedersachsen. Elja Rokonowski aus Werne. Thorsten Küste aus Halle. Und hier die beiden hier im Ziel. Jetzt hier Marmel Ebi aus Aachen. Nordrhein-Westfalen. Georg Kummer in Paisaachen. Jawohl, alle Bundesländer vertreten. Günther W. Kellermann aus Potsdam. Und Tren Rugehul aus Rüdersbach im Ziel. Und dann kommt Ingo Föhn aus Mölln. Aus der Heuswil. Start an Arnold Voss aus Marzolo im Ziel. Und die nächsten, das sind Peter Dermann aus Ruderburg aus Sachsen. Peter Werner aus Güstrow. Matthias Deco aus Berlin. Glückwunsch an Jens Kehn aus Bagerstädt. Schengen-Holstein. An Birgit Heterring aus Güstrow. 2, 2, 1, 0. Andreas Fitting aus Milo. René Sargasser aus Lübeck. Ralf Peter Hamann aus Berlin. Alex, ja der nächste jetzt hier. 3, 5, 2, 2. Das ist Lutz Müller aus Rambo. Und die nächsten jetzt hier, das ist wieder ein Läufer im Schadenskopf. Jetzt kommt Lutz Müller, das ist Ben Seifert aus Berlin. Thomas Keller aus Halle. Wieder starke Frauen dabei, auch Ronald Rhein-Legendstein. Markus, bitte für das Ziel, die im Ziellinie. Kevin Weise in Kühl. Hans-Jürgen Henschel aus Unterwegs Sachsen-Anhalt. Ludwig Riese im Ziel. Jüdiger Will, Großrasch. Derhard Petersen, Bad Segelberg. Susanne Wittger aus Kiel. Herzlichen Glückwunsch. André Rode aus Meraz. Hans-Jürgen Schulze aus Berlin. Katja Hübenser. Jörg Rahm aus Wittenwalde. 5, 3, 0, 1. Eva Rando aus Rostock. 3, 3, 5, 0. Klasse Leistung Charlotte Hasselmann. Jawohl. 3, 1, 9. Eva Gumoll aus Berlin. Uwe Pappe aus Walzmühlen. Reinhard Heitin. Sandro Schirmer aus Wackenow. 3, 5, 7. Lutz Meier aus Lage. Glückwunsch an Sitz-Rademacher aus Waren. Martin Hoffmann aus Hamburg. Herr Bekochti aus Berlin. Kevin Haarenfeld aus Hildesheim. Sebastian Müller aus Hildesheim. 2, 9, 2, 1. Daniel Schwanes aus Berlin. Martin Nehmann im Ziel aus Hamburg. Horst Bickhoff aus Berlin. 3, 2, 9, 3. Christian Radon aus Büsewitz. 3, 4, 3. Uwe Fester im Ziel. 3, 4, 5. Jachim Obermin aus Kühlungsborn. Begüste Oste. 3, 2, 4. Kuss an Bieter Bildern aus Schlebedingen. An Mamja Knob. Herzlichen Glückwunsch. Kai Müller aus Potsdam. Alle kriegen wir gar nicht mehr mit hier. 2, 1, 0, 2. 2, 7, 3, 6. Olaf Harbert aus Soltau, Niedersachsen. Wir grüßen Niedersachsen. Und weiter geht's. 2, 3, 1, 2. 3, 1, 9, 4. Olaf Weigert als Stolpel. Christoph Spino aus Gardebusch. Reich Böhring. Reich Böhring. Herzlichen Glückwunschreich. André Werke aus Bansko. 2, 8, 4, 0. 2, 6, 8, 1. Alexander von Reden. Und jetzt wieder hier Schlag auf Schlag. Max Kau aus Spahn. Glückwunsch an Tobias Säuberling. 2, 1, 0. 0, 3. 0, 3. André Sturm aus Spahn.